Mein Name ist Heinz Rohde. Ich bin vom E-Business Lotsen Schleswig-Holstein. Zusammen mit der Wirtschaftsagentur Neumünster, der WTSH aus Kiel und der Fachhochschule Flensburg sind wir der E-Business Lotsen Schleswig-Holstein. Zusammen mit Hamburg, Lübeck, das sind auch E-Business Lotsen und Nordost und Osnabrück sind wir der Cluster Nord. Da gehört noch Bremen dazu und Emsland. Und wir haben alle unterschiedliches, alles ein großes Themenportfolio im Rucksack und wir richten uns an die Unternehmer im Land, um ihnen bei der Unterstützung behilflich zu sein, nein, um sie zu unterstützen für die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse. Uns spricht man immer dann an, wenn man jemanden Unabhängigen haben möchte, jemanden der nichts zu verkaufen hat, aber viel mitzuteilen. Sprich wir laden zu kostenfreien Informationsgesprächen ein, wir kommen auch zum Unternehmen direkt hin für vertrauliche Gespräche. Wir beraten nicht, sondern wir quasi schließen auf, nämlich Themenbereiche auf. Das kann sein, ein neues Warenwirtschaftssystem, es kann sein, wie stelle ich meine Akquise für, mache ich die fit für 2015. Da bringen wir die Unternehmer quasi auf, versuchen wir auf den aktuellen Stand zu bringen, so dass sie auch, wenn sie mit Dienstleistern sprechen, weil wir sind selber kein Dienstleister für so etwas, dass sie dann auch die richtigen Argumente haben und nach den richtigen Lösungen fragen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017